Wir sind hier von der Young Ritz-Kommission der GST und wir haben die Chance gekriegt, uns kurz mit Kette Grunner und Christoph Piefer zu unterhalten. Wir sind hier an der SCT, aber was genau ist eigentlich die SCT und warum gibt es sie? Die VST, der Verein Schweizer für Tierärztetag, ist ein Zusammenschluss aller Fachsektionen inklusive der GST mit dem einzigen Zweck eine Fort- und Weiterbildung anzubieten für alle Tierarten und Tierärztinnen und Tierärzte und zusammen mit einer standespolitischen Veranstaltung auch, weil wir uns eigentlich nur hier alle zusammen treffen können. Was kann denn die SCT den Veterinärmedizinstudierenden und den angehenden Tierärztinnen bieten? Ja, ich sage dir mal, das ist wie eine Lebensschule. Du siehst mal, wie es in der Praxis funktioniert. Auf der einen Seite musst du die Bildungspunkte irgendwie holen, auf der anderen Seite musst du dir ein Netzwerk aufbauen und das kannst du hier lernen. Zudem verbandspolitisch und die Industrie. Du siehst, was es alles gibt und wenn du klinisch arbeiten willst, ist es ein Mast, da den Kontakt zu haben. Das, was wir machen jetzt, wäre es wirklich schon unbedingt los. Tänwickau Fisch 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 www.heil. samples Fisch